Die EU trägt entscheidend dazu bei, dass wir in Europa seit Jahrzehnten mit unseren Nachbarn friedlich zusammenleben. Wir teilen gemeinsame Werte, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Wie bereichernd ein friedliches Zusammenleben, ein friedliches Miteinander in Europa ist, das erleben wir auch täglich durch unsere Nachbarschaft zu Frankreich. Wir haben viele Kollegen und Kolleginnen, die aus Frankreich zu uns kommen. Wir haben viele Menschen, die sich bei uns ausbilden lassen und umgekehrt profitieren wir natürlich auch von Ausflügen ins Elsass und von der französischen Lebensart. Bei der EU-Wahl am 9. Juni können wir alle mitentscheiden, welchen Weg die EU auch zukünftig gehen wird, wo die Prioritäten gesetzt werden. Und für mich ist es selbstverständlich, am 9. Juni auch meine Stimme abzugeben. Und für mich ist es selbstverständlich, am 9. Juni auch meine Stimme abzugeben.